Hallo, ich bin Matthias Ettrich und heute zeige ich euch ein bisschen was zu KDE 5 bzw. Plasma 5 bzw. war das glaube ich mit dem Freischwimmer für grafische Oberflächen eine blöde Idee, weil ich habe sie jetzt fast alle durch, aber ich weiß nie so recht, was ich dazu sagen soll, denn für mich sind es grafische Oberflächen. Ich kenne das Ganze ja schon und es ist unfassbar schwer, irgendwie Features hervorzuheben oder das Ganze zu erklären, wenn man schon weiß, was das ist und wie das geht. Kennt ihr sicherlich, aber nehmen wir mal das Beispiel hier, Plasma 5, ich könnte euch jetzt erzählen, mein Gott, KDE hat mal angefangen 1996, Matthias Ettrich hat das gegründet, den kann man sogar noch, wenn man eine alte Version von Amarok hat, die 1.4er war das glaube ich, Da kann man den auch hören, das war da so diese Promo, der Testton, sag ich mal, von ihm selber gesprochen, klingt sehr gut, vielleicht finde ich das noch und dann kommt das jetzt. Und dass das Ganze da, also die erste Version von KDE wurde 1998 veröffentlicht und 1999 gab es dann eine lizenzfreie QT-Version, denn das Ganze, man sieht ja auf QT, das war alles so ein Lizenzgedöns, also ein kostpflichtiges Dings, deswegen wurde ja Gno mal gegründet, das Ganze hatten wir im letzten Video mal. Und dann ist das Ganze so entwickelt und rumgemacht worden und jetzt befinden wir uns hier. Plasma 5 ist das Ganze die neueste Version. Im Moment, was man hier sieht, ist eine Beta-Version und das Ganze ist praktisch von Grund auf neu gemacht worden. Also KDE 4, ich weiß nicht, ob die Entwickler damit unzufrieden waren, ich fand das immer ziemlich cool. Auf jeden Fall Plasma 5 oder KDE 5 ist unfassbar aufgeräumt. Das ist allerdings eine Sache, das sieht man sofort, wenn man das Ganze mal installiert hat. Das Ganze ist optisch unheimlich aufgeräumt worden, sieht man hier und sieht man dort und sieht man überall an jeder Ecke in den Einstellungen sieht man das sofort. Das Ganze ist sehr, sehr aufgeräumt worden. Die Menüs wurden alle zusammengelegt und hin und her geschoben, einiges ist weggefallen und so weiter und so fort. Der Funktionsumfang funktioniert noch nicht ganz so toll. Man kann zum Beispiel in dem Dateimanager die Datei nicht direkt entpacken oder ein Screenshot kann man nicht mit der Drucktaste machen. Da braucht man jetzt noch externe Programme wie Jim für und so weiter und so fort. Was sich unter der Haube getan hat, da möchte ich euch mit verschonen. Denn es geht ja wie in jedem Video um den Anwender, der möchte wissen, was ist neu und was ist anders. Und ich kann hier eigentlich nur sagen, man kann nicht mehr jeden Pixel verstellen, wie das einst bei KDE dreimal so gewesen ist. Man kann trotzdem das Ganze noch sehr umfangreich personalisieren. Man kann es auch immer noch sich so umstricken, dass es aussieht wie zum Beispiel ein Gnome 3 oder wie jedes andere auch. Das Ganze läuft unheimlich flüssig, wirklich wie gekrämt. Und das Einzige, was man wirklich hier rausstellen muss, ist, es sieht gut aus. Und da bin ich im Grunde schon fertig. Ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt noch großartig zu Plasma 5 sagen soll. Außer es ist wirklich unheimlich schick. Wie aus einem Guss. Wunderschön. Es gibt noch die Aktivitäten, da hat sich nichts dran getan. Das Video übrigens, wo ich auf diese ganzen Features von KDE eingehe, das Video verlinke ich unter diesem Video. Und wie gesagt, es hat sich im Grunde nichts getan. Man sieht aber schon sehr deutlich, alleine wenn man hier auf dem Hintergrundbild ändern Modus ist, es fällt sehr, sehr viel weg. Es gibt nur noch ein Layout statt dieses Aktivitäten-Gedöns, eine Diashow, was eigentlich Hähnau, keine Ahnung, funktioniert noch nicht. Ein Bild und Suse und das sind aber Sachen, die kennt man. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bin ja auch ein fauler Sack, davon mal ganz abgesehen, überlasse ich euch die Arbeit. Und ich darf jeden von euch dazu aufrufen, mir ein Video zu schicken von seiner favorisierten grafischen Oberfläche, mir das irgendwie zukommen zu lassen. Und dann werde ich das hier einmal veröffentlichen. Also euer Blick auf eine grafische Oberfläche eurer Wahl. Das kann auch ruhig nochmal Plasma 5 sein mit mehreren Details. Das kann auch nochmal GNOME 3 sein, das kann MADE sein. Alle grafischen Oberflächen, die es so gibt. Das ist natürlich unter Linux laufen, ob das jetzt OpenSUSE ist oder Ubuntu, ist mir völlig wurscht. Auf jeden Fall lade ich euch an dieser Stelle ganz herzlich dazu ein, mir ein Video zu schicken von einem kleinen Review oder eine Vorstellung von einer grafischen Oberfläche. Das Ganze allerdings bitte, das ist auch die einzige Bedingung, die ich habe, das muss verständlich sein und einsteigerfreundlich. Wenn ihr dann sagt, ja das läuft mit den und den Bibliotheken in den und den Versionen, das will keiner wissen. Ich zumindest nicht und ich glaube die Zuschauer wollen das auch nicht so genau wissen. Einfach mal ein kleines Video machen zu eurer lieblings grafischen Oberfläche mir schicken. Und vier von euch, vier Leute, die da mitmachen und mir ein Video von einer grafischen Oberfläche schicken, die bekommen von mir die Boxed-Version von OpenSUSE 13.2. Das Ganze, was ich Weihnachten schon mal rausgekloppt habe. Also jetzt als kleines, als einen Bonus für die, die mitmachen. Und im Grunde ist das auch schon alles. Ihr wisst ja, wie das geht. Macht ein kleines Video, ladet das irgendwo hoch in eine Dropbox, was weiß ich, wenn es passt, auch per Mail. Und schreibt mich einfach mal an. Die E-Mail-Adresse ist ja bekannt, linux.kinitiv.com. Und dann werde ich das Ganze hier hochladen. Ihr stellt eine grafische Oberfläche vor. Freut euch des Lebens. Ich freue mich dann auch. Dann habe ich nämlich mehr Zeit für andere wichtige Sachen. Wie zum Beispiel Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, solche Sachen. Wie gesagt, vier von euch, das Ganze auch nach Zufallsprinzip, kriegen dann einen kleinen Bonus. Aber es müssen sich erst mal vier Mann finden. Ich weiß nicht, wer von euch da Bock drauf hat. Also, entweder kriegen wir die Videos zusammen oder nicht. Ich würde mich freuen, wenn hier einige mitmachen. Also, Stage is yours. Ich bin gespannt, was da kommt. Und ihr werdet dann sehen, ob sich da überhaupt jemand dran beteiligt. Ich würde mich sehr freuen. Also, bis dahin. Danke für die Aufmerksamkeit. Plasma 5 ist übrigens cool. Ich zeige euch auch unter dem Video, wie man das Ganze auf OpenSUSE installiert. Ist gar nicht so schwer. Es funktioniert allerdings nicht neben KDE 4. Also, entweder KDE 4 oder Plasma 5. Beides geht nicht. Weil die so ineinander gemoppelt sind. Das tut's halt nicht. So, auf jeden Fall. Tschüss. Danke. 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 Tschüss. Vielen Dank.